hallöchen heute machen wir mal so ein kleines laber video über so ein paar dinge die ich gerade mache wie zum beispiel kaffee trinken das ist natürlich wichtig früh ist ne also über so ein paar sachen die ich so gerade mache und so ein paar fragen die ich gestellt bekommen aber es wird aber keine frage antworte video oder sowas sondern einfach nur so ein bisschen querbeet gelaber was gerade dass ich gerade so mache und zwar wurde ich zum beispiel gefragt wie denn nun das neue ladegerät ist dieses hier was ich mit einem freund getauscht hatte ja was soll ich dazu sagen das ist auf jeden fall so ein ladegerät wollte ich auf jeden fall schon immer haben weil die schön ist es schön kompakt kommt kabel hinten rein das kann man so schön in den schrank stellen keinen großen stress es ist relativ klein ich vergleiche das ist mal hier mit meinen mäuschen das ist echt echt klein das ladegerät dazu kann ich noch sagen es ist schneller als imax auf jeden fall dann ist natürlich positiv dass man zwei auf einmal laden kann bedienung ist komplett easy ihr habt hier einmal normal lipo lipo fast und nimm also normal lipo ist halt mit balancen lipo fast dann ohne dann checkt ihr hier und taucht hier oben auf was weiß ich jetzt hier im balancer angeschlossen hat 2s wieviel weil die zahlen haben und drückt ja noch mal auf starten dann geht das ganze los dann geht hier diese ampel hoch bei grün dann piept das und dann ist das ganze fertig das geht relativ flott viel kann ich euch darüber aber leider noch nicht erzählen weil es jetzt ungefähr vier bis sechs ladung weg hat und da erlaube ich mir noch kein großes urteil darüber zu abzugeben ja ein und ausschalten ist natürlich auch richtig bombe das ist auch auf jeden fall richtig gut das wird dazu gewesen sein wie gesagt da mache ich dann noch mal ein video darüber wenn ich ein bisschen mehr darüber weiß dann ist endlich mein werkzeug angekommen hier fliegt schon eine griffschale rum und zwar dieses hier das ist von turner g habe ich aber nicht bei hobbyking bestellt sondern hier in deutschland beim ebay shop wenn ihr wenn ihr wissen wollt wer dann schreibt mir einfach bei facebook ist am einfachsten dann gebe ich euch den link 13 euro glaube ich knapp 13 euro und versand die sind echt gut also ich habe schon probiert heute die sind echt gut mal schauen wie lange sie halten selbst wenn sie bloß ein halbes jahr oder ein jahr halten ich meine für 13 euro besser als eds für über 30 euro zu bestellen so sehe ich das zumindest ich bin da kleiner geizheit da wird mich sicherlich wieder lachen aus also zum probieren auf jeden fall geeignet die dinge liegen auch richtig gut in der hand wie gesagt sind richtig gut griffig recht erkennt man hier irgendwo na wertscharf also diesen richtig gut gearbeitet auf jeden fall erwähnenswert die dinge deswegen zeige ich die euch dann habt ihr hinten noch eine klappe eine kleine ist natürlich auch ganz cool weil das sind ja nur die gängigsten größen wie zum beispiel bei bei vielen amerikanischen modellen wie wie entschuldigung zum beispiel trexas oder ventera oder axial ja fast ausschließlich schrauben sind da kann man hier ist zur not noch irgendwelche kleinteile rein tun auch als verbrennerfahrer glückerzen rein oder irgend sowas dergleichen kann man jetzt zur not noch was reinstecken sind auf jeden fall für den preis auf jeden fall kaufenswert sage ich mal weil wie gesagt 13 euro ist echt da haben wir noch was ich zur zeit mache das hatte ich ja glaube ich schon mal bei facebook geschrieben oder sowas und zwar meine spektrum lackieren ihr seht hier ist alles abgetapet das habe ich alles mit mit teils mit isolierband teils mit maler krepp band das 1 euro in irgend so einem rang schladen das genauso glaube ich das habe ich auch glaube ich was für einen euro gekauft das reicht dafür vollkommen aus also das ist auf jeden fall gut weil das ist ja isolierband und isolierband da gibt es keine rückstände keine kleber rückstände bei dem eigentlich auch kaum und da deswegen ist es halt gut dafür geeignet dann seht ihr hier das kann ich habe hier alles ganzen logos abgeklebt bei dieser man ja später dann wieder sehen dann habe ich das ganze so ein bisschen angeschliffen hier diese ich hier so rein gesteckt habe weil hier sind die ganzen kontakte wenn man jetzt updates machen wir oder sowas sind halt noch haufen kontakte drin das rad natürlich abgemacht habe ich auch alles liegen triff schein macht man natürlich ab das art natürlich das hat da hier eine klappe und dahinter ist eine kleine kreuz schraube die macht ihr halt dann raus und dann warst das ganze schon dann nehmt ihr einfach meinetwegen ist das das krepp band hier mal den anschluss dann eben sie das hier weiß ich das so zurecht das ist jetzt scheißegal dann nehmt ihr das hier oben drauf dann nehmt ihr euch ein kleines geppel wie ist ein kleines hobby skypelle wenn ihr jetzt irgendwo eine kante habt wie hier ist zum beispiel die geht hier einfach sauber lang dann könnt ihr das normalerweise weg könnt ihr das dann einfach so zack dann habt ihr da einen kerzen geraden anschluss das könnt ihr dann halt bei der anderen seite genauso machen müsste halt nur ein bisschen vorsichtig sein sonst macht ihr natürlich sinnlose kratzer rein so dann habt ihr hier oben eine kerzen gerade kannte und dann könnt ihr euch das dann halt abkleben das war es natürlich nur ein beispiel welche farbe ich die nun genau mache weiß ich noch nicht ich habe leider noch keine farbe gekauft das werde ich eventuell morgen tun und dann seht ihr natürlich noch mal das fertige ergebnis ein komplettes tutorial wollte ich es darüber nicht machen weil mir zu ohren gekommen ist dass das der christ schon machen wollte und ja ich wollte euch noch mal zeigen wie ich das jetzt so machen werde und mal gucken wie das endergebnis wird ich habe das ganze angeschliffen aber mit einem rauen schwamm das ist ein richtig rauer schwamm dann schrubbelt ihr hier ein bisschen rum darf nicht zu tolle machen sonst kommt das schwarze durch wie zum beispiel unten an manchen kanten da kommt ihr dann ruhig schon mal durch oder hier wo da war so ein kleber rückstand den habe ich weg gemacht und ja also soweit ich meine auf jeden fall lackieren werde auf jeden fall noch den griff beziehungsweise das loch hinten noch zu machen und dieses hier komplett 100 prozent fertig ist es noch nicht aber ich wollte euch das einfach mal zeigen so dann wurde ich mir gefragt ob mein slash überhaupt noch lebt und eins kann ich euch sagen das einzigste auto was mich wahrscheinlich nie verlassen wird was ich nie verkaufen oder irgendwas werde ist mein slash äußerlich ist er zurzeit ziemlich abgerockt also die karo die hat echt hinter sich aber der kleine bekommt bald eine neue es ist jetzt nur noch meine bärsch karo von innen sei es noch ein bisschen dreckig weil ich den klein noch nicht sauber gemacht hatte liegt sogar noch der akku halter um ja dreckig ist er hat jetzt einiges neu bekommen querlenker alle lager sind neu neues diff hat er bekommen neues ritzel aber mit der mit derselben übersetzung hat er auch bekommen sonst läuft immer noch alles tadellos stoßdämpfer werden demnächst kommen er zuerst noch mal eine neue befüllung bekommen ist auch relativ fort jetzt hinten habe ich ihn jetzt ein bisschen höher genommen als vorher wird schon ihr knarzt schon wieder irgendwas aber läuft reifen das sind immer noch die booties von proline von hört dass hier ist ein lager das ist das einzigste lager was ich noch nicht gewechselt hatte das hat es wohl hinter sich so wie das klingt auf jeden fall hinten ist alles tutti ja also ich hoffe deine oder eure fragen es waren ja schon mehrere leute mein slash lebt noch und fährt immer noch wie am ersten tag eigentlich also nur diese paar kleinen veränderungen sonst habe ich ja nichts groß gemacht das millennium system eingebaut ein paar neue lager dann querlenker vorne rpm ansonsten ist er ja eigentlich noch stock und reicht meiner meinung nach vollkommen aus den speed was er hat reicht eigentlich vollkommen aus da zwei wd mit mehr als drei es wird dann eh nicht mehr fahrbar in dem sinne das macht dann einfach irgendwann kein spaß mehr wenn ihr dann keine ahnung wie micke ist zum beispiel mit seiner kasse kombo der sct kombo die ja 4s tauglich ist würde beim 2 wd keinen sinn machen weil der würde dann die vorderräder wurden nie mehr kontakt zum boden haben das hat er ja so schon kaum deswegen ist das macht bei 4 wd sinn natürlich dann habt ihr natürlich mörderischen speed aber bei 2 wd macht das nicht viel sinn so ein schluck kaffee und dann verabschiede ich mich für heute ja bis zum nächsten mal die leute die mir noch nicht bei facebook hinzugefügt haben schaut mal bei facebook vorbei der link ist wie immer in der beschreibung ich habe auch noch mal eine kleine homepage gebastelt ist es nichts weltbewegendes aber da findet ihr auf jeden fall immer das neueste was so abgeht gerade da sind alle links natürlich von von allen leuten mit die ich zusammenarbeite wie bisher mittlerweile schon dass silva sie benny fuß nathan unser modellblog allgemein rc chris das forum von chris ist da auch verlinkt findet ihr ein paar bilder alles über unsere live sendung wo unsere live sendung ist den link dazu zu twitch und 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 schaut einfach mal hier in der video beschreibung wenn ihr noch fragen habt zu irgendwas dann schreibt einfach in die kommentare oder schreibt mir bei facebook oder was auch immer und ja tschüss bis zum nächsten mal und tschau